Leute, mal kurz und knapp. Wisst ihr, wo man eine App herkriegt, wo man genau das machen kann? Dass man sich einmal selber sieht, dann einmal seinen Bildschirm sieht und wenn man sich selber sieht, dass hier dieses Nachtporträt, Foto, Video, Beauty, Effekte und das ganze Zeug weg ist und man im Video auf die Kamera drehen kann und dann halt mitgedrehter Kamera, was hinter sich zeichnen kann und dann wieder mit Frontkamera sich zeichnen kann und dann ganz einfach wieder auf den Homescreen kommt und hier noch irgendwas im Handy zeichnen kann, was man Apps drauf hat oder so. Weißt der eine von euch irgendwie, wie man das macht, außer mit Bildschirmaufnahme? Gibt es da eine App? Gibt es da irgendwas? Weil wenn nicht, muss irgendwas entwickelt werden, das gibt es ja gar nicht. Ach ja, dass ihr denkt, entschuldige, gibt es nicht mehr. Ich habe das die ganze Zeit keinen Bock gehabt, Videos zu machen. Ich mache hier nämlich YouTube-Video-Pause. Ja? Und wo ich bin, ist auch egal. Arrivederci.